Und ich kann auch noch ein anderes Zahlenbeispiel nehmen, um mal die Dimension der Landnahme zu vergegenwärtigen. Vor wenigen Tagen hat der Passauer Landrat, ein CSU-Mann, gegenüber der Presse erklärt, dass in den letzten drei Tagen, er gab das Interview Ende Oktober, dass in den letzten drei Tagen alleine in seinem Landkreis mehr Asylbewerbe angekommen sind, als in diesem Jahr unser Nachbarland Frankreich aufnehmen wird. Wir merken, alle europäischen Staaten haben ihren Verstand noch besammen. Sie werden von halbwegs patriotischen Politikern regiert. Aber unser Fluch in Deutschland ist es, dass wir von Flüchtlingsmut die Merkel regiert werden, die scheinbar alles, aber auch alles in ihrer Macht stehende tun will, um dieses Land zu zerstören. Und das wollen und das dürfen wir nicht zulassen. Mehr Kamos weg! Mehr Kamos weg! Mehr Kamos weg! Mehr Kamos weg!